freitag in der arena der ökostrom ag podcast es ist wieder einmal freitag und freitag das ist der tag an dem freitag in der arena online geht freitag in der arena ist der öko klima und zukunftstag der ökostrom ag mein name ist tom rottenberg aber ich bin nur der navigator hier begrüße zuerst einmal den gastgeber ökostrom ag ceo uhrig streibl hallo uhrig und guten tag an euch die ihr zuseht und zuschaut wieder freitag es geht wieder tom sagt wieder um zukunft um klima um nachhaltigkeit es geht eigentlich um unsere lebensgrundlagen um unsere welt und heute diskutieren wir wieder mit einem wissenschaftler nämlich dem professor vormaier professor für klimatologie und meteorologie an der boku an der universität für bodenkultur in wien willkommen herbert vormaier ich bin professor für meteorologie und klimatologie auf der universität für bodenkultur in wien ich beschäftige mich mit den auswirkungen des klimawandels speziell in gebirgsregionen aber auch weltweit herbert vormaier meteorologe und klimatologe ich bin wetter benutzer begrüße sie auch ganz herzlich hier in der wiener arena wetter und klima ist ja etwas was sehr viele menschen noch immer durcheinander bringen da gibt es dann immer diese frage ist es noch ein wetter oder ist es schon ein klima und wenn es mal kurz regnet sagen alle wer red von dürre ist die welt so einfach nein also die die unterscheidung zwischen wetter und klima ist für den für den alltag gar nicht so einfach weil weil das immer vermischt wird aus wissenschaftlicher sicht ist es das wetter sondern das aktuelle ereignis die witterung der ablauf wie er stattfindet von aktuellen situationen bis einige tage in die zukunft und das klima ist sozusagen die die statistik darüber üblicherweise definiert über 30 jahre die mittleren zustände des der temperatur des jahresgangs der temperatur des niederschlags und das sind natürlich auch wichtige faktoren die die vegetation prägen und also im holistischen sinne ist natürlich das klima nicht nur die physikalische zustand atmosphäre sondern auch die wechselwirkung mit der biosphäre weil eben ein typisches mittlerer zustand der witterung dann auch definiert welche vegetation ist einer region überhaupt möglich was kann dort wachsen wie interagieren die ökosysteme das wird über dieses klima definiert und das ist natürlich eine wesentlich längerfristige betrachtung weil die reaktion der ökosysteme über einige jahrzehnte hinweg läuft das heißt also die mittleren verhältnisse der witterung über jahrzehnte definiert dann letztlich das klima und die subjektive wahrnehmung ist trotzdem alles was im vorjahr war verändert sich schon in meiner erinnerung und deswegen ist es auch so schwierig diesen klimawandel die klima änderung auch den menschen zu kommunizieren denke ich mir nein das war das ist extrem schwierig weil die auch die klima änderung die wir erleben die vom menschen verursachte klima änderung die sehr rasch geht ist noch immer gering im vergleich zu den schwankungen die wir von tag zu tag im wetter haben können oder auch die schwankungen von jahr zu jahr die wir erleben nur ein beispiel wir gehen jetzt davon aus wenn wir keinen klimaschutz betreiben dass wir ungefähr vier fünf grad erwärmung in den nächsten 100 jahren erleben also das heißt pro dekade pro jahrzehnt eine erwerbung von einem halben grad der unterschied zwischen einem kalten und einen warmen jänner zum beispiel kann neun grad ausmachen das heißt das ist eine größenordnung höher das heißt was wir gefühlt erleben ist immer die die variabilität des wetters und und wir haben keinen sensor für die die klimatischen veränderungen die so langsam laufen ist nicht genau das ist das problem oder ich wir haben keinen sensor für die variabilität des klimas aber nur fürs wetter möglicherweise ist das das thema oder die frage und deswegen haben wir den professor vormaier ja auch da weil wir wollten gerne verstehen von ihnen und in der diskussion unseren zuschauern und zuhörern nahe bringen was ändert sich denn jetzt weil wir reden alle von klimawandel und es ist vielen von uns bekannt wir haben jetzt in der welt glaube ich 1,1 grad 1,2 ich glaube da kann man ein bisschen darüber streiten aber für österreich heißt es ja dann weil wir binnenlage sind doppelt so viel was bedeutet denn das wenn das jetzt schon so ist und wenn das dann mit dem tempo von einem halben grad pro dekade weitergeht wie schaut es dann da aus was tut sich dann ja wir haben ja schon eine sehr große klimaveränderung durchgemacht also gerade im vergleich zu global sie haben es richtig angesprochen da sind wir irgendwo bei 1,1 grad regional können die entwicklungen deutlich rascher sein wir wissen dass mit den höheren breiten und auf dem land massen die entwicklung rascher geht und wir gehen auch davor aus dass in zukunft die entwicklung bei uns stärker sein wird im globalen mittel aber wenn wir jetzt zurückblicken dann haben wir seit mitte des 19 jahrhunderts war gerade das ende der kleinen eiszeit bei uns in europa gewesen ist eine erwärmung von mehr als zweieinhalb grad bereits hinter uns und das ist etwas was wo man jetzt schon an die grenzen der ökologischen systeme kommen das ist die zweieinhalb grad das ist ungefähr das was wir an schwankungsbreite zwischen einem kalten und einem warmen jahr haben das sind auch eben veränderungen die unsere ökosysteme gewohnt sind und an denen sie angepasst sind und mit denen müssen sie umgehen aber jetzt erreichen wir gerade die grenze von diesem was die ökosysteme aushalten können und das ist sicher auch eines der großen probleme ein beispiel dafür zum beispiel sind die die fichtenwälder in den tieflagen da sehen wir das ist lange gut gegangen über jahrhunderte hat man sozusagen hier in lagen unter 1000 metern fichten angepflanzt weil sie eben sehr günstig für die für die für die holzwirtschaft sind und jetzt hat man einfach ist das temperaturniveau einfach so hoch dass hier durch durch schädlingsbefall mit borkenkäfer eigentlich hier die 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 fichten bestehende nicht nicht zu halten sind also da hat man jetzt schon ein system erreicht eine systemgrenze erreicht die wirklich für alle sichtbar wird also das heißt fichten gibt es nicht mehr in tieflagen und in den trockenregionen wo sie auch nicht hingehören dort ist sicher deren zeit vorbei und da setzt man auch jetzt sehr stark auf auf mischwälder auf andere baumarten aber wir sehen eben auch dass eben durch die erwärmung jetzt die regionen wo die fichten üblicherweise gut hingehören nämlich auch in den mittelgebirgslagen um 1000 metern dass jetzt dort die probleme mit dem borkenkäfer auch hinkommen wie wir sie früher nur in der tieflagen gesehen haben hier verschieben sich sozusagen die die lagen mit der seehöhe das ist ja auch etwas was man im gebirge gut kennt wir haben ungefähr eine temperaturabnahme von 6 grad pro 1000 metern wir haben jetzt schon eine temperaturerwärmung von zweieinhalb grad also das heißt wir haben schon eine eine verschiebung der mittleren thermischen verhältnisse von 400 metern hinter uns und das sieht man ja auch was das konkret heißt hat mir ich bin ja dann absoluter laie mal jemand vom alpenverein erklärt er sagt wenn der permafrost der die berggipfel zusammenhält also entschuldigen sie meine laienhafte formulierung wenn der weicher wird dann rutschen uns die berge langsam ab dann kann man berghütten nicht mehr betreiben das heißt es hat dann auch sehr direkte auswirkungen auf uns menschen sei es weil wir keine waldwirtschaft betreiben können oder weil uns irgendwie die berge davon fahren die nicht mehr wandern gehen können gerade angesprochen im hochgebirge gibt es massive veränderungen permafrost von innen angesprochen das ist so der kit von können sogar ganze hänge große hänge ins zum wandern beginnen wir sehen auch bei den gletschern den massiven rückgang und auch dort wo die gletscher weggehen beginnen die die felswände zu bröckeln weil die auf einmal die temperaturschwankungen ausgesetzt sind und natürlich sind auch viele im hochgebirge viele wanderwege und kletterwege über gletscher oder eben über wege die derzeit dann gar nicht mehr begehbar sind sei es weil der gletscher weg ist und auf einmal hier ein tiefer graben ist oder sei es weil die steinschlaggefahr so groß ist dass man die wege einfach nicht mehr begehen kann da kann man halt nicht mehr wandern gehen dann wachsen halt die fichten weiter oben da haben wir dann großglockner oben ein paar fichten macht dir so etwas angst wenn du das hörst oder macht dich das betroffen oder sind das dinge mit denen man halt umgehen muss mit denen wir leben werden müssen ich würde die frage wahrscheinlich an den professor weitergeben weil die frage ist wo geht es denn hin also jetzt ist es gefühlt ja so dass die meisten menschen sagen naja passt schon eh so schlimm ist es nicht also wir leben hier noch gut aber erstens geht es hier ja weiter und wenn das dann hier anstatt den zwei zweieinhalb grad auf einmal fünf oder sechs grad sind was jetzt gerade der neue bericht des weltklimmerrats ja so als mittleres szenario auswirft für österreich beziehungsweise wenn wir im anderen aspekt auf weltregionen schauen wo es ohnehin schon heißer war und jetzt noch heißer wird was heißt es denn dann konkret aber fangen wir vielleicht an was heißt es für österreich bei uns haben wir schon eine große veränderung hinter uns und wir haben eben schon viele systeme an der grenze dessen was sie aushalten das heißt eine weitere veränderung die wir auch gar nicht mehr aufhalten können wir müssen mit einer weiteren erwärmung bei uns von mindestens eineinhalb grad rechnen auch wenn es uns gelingt die parida klimaschutzabkommen einzuhalten das wird passieren das können wir nicht mehr verhindern die emissionen sind schon in der in der atmosphäre die werden wesentlich größere probleme verursachen wie die erwärmung der letzten eineinhalb grad die wir jetzt in den letzten 40 jahren erlebt haben weil eben viele systeme schon an den grenzen sind aktuell sieht man es am neusiedlersee das war ein steppensee der immer wieder ausgetrocknet ist aber die wasserabnahme durch die erhöhte verdunstung ist inzwischen schon so schnell dass eben das wesentlich häufiger passieren wird es kommen verschiedenste ökosysteme aber auch natürliche also sozioökonomische systeme in bedrängnis es wird zwar immer dass das problem mit dem skifahren und dem schnee angesprochen aber ich glaube das sind eigentlich keine probleme ein massives problem ist die hitzebelastung in städten und da ist es auch natürlich ein soziales problem weil die hauptbelastung mit hitze hat man üblicherweise in den schlecht gedämmten wohnungen wenn man vielleicht in einem haus wohnt wo man knapp im obersten stockwerk wo das dachricht isoliert ist da hat man dann wirklich probleme weil man dann bei bei tagen mit über 35 grad es in der wohnung einfach nicht mehr aushält und und da da kommen wirklich die großen probleme her und das gibt auch berechnungen von der von der ages für österreich wo in diesen heißen jahren mit den heißen sommern wie 2015 und 2017 in österreich mehr hitze tote gegeben hat wie verkehrstote also da da sind wirklich die probleme und eigentlich ist bei uns überfällig eine hitzewelle mit mit deutlich über 40 grad gut 42 grad wird in den wenn das nächste mal im sommer die die wetterlage passt dann werden wir das erreichen und dann werden wir sehen welche wie gut unsere städte wirklich mit hitze umgehen können also da geht es dann wirklich ans eingemachte also das sind glaube ich aus meiner sicht probleme und was sicher auch bei uns in vielen regionen von österreich kommen wird ist die wasserverfügbarkeit wird problematisch werden und da sind wir überhaupt nicht gewohnt also österreich sitzt ja direkt auf dem wasser schauts von europa kann man sagen mit den alpen und unser umgang mit wasser ist vollkommen unbekümmert wir genießen es und nutzen es ohne groß zu denken und dass wieder ein großes umdenken notwendig sein das wasser ein hochwertvolles gut ist und auf das wir auch aufpassen müssen das ist sicher etwas was man erst lernen müssen in österreich da spricht der wissenschaftler eigentlich sehr nüchtern jeder satz den sie gesagt haben müsste doch eigentlich jeden menschen zum aufspringen losrennen und ändern der gegebenheiten führen warum bleiben sie persönlich da so ruhig dabei erstens beschäftige ich mit dem thema schon seit 30 jahren beruflich also insofern bin ich es gewohnt dass was wir von der wissenschaft sagen nicht sofort zu reaktionen führt also und es gibt natürlich auch gute grunde warum nichts passiert weil wir brauchen wirklich eine tiefgreifende transformation der gesellschaft wir brauchen eine transformation der energiesysteme wir brauchen eine dekarbonisierung also vollständigen verdicht auf fossile energie und das ist natürlich eine eine und das in relativ kurzer zeit also wenn wir wirklich der pariser klimaschutz ziel erreichen wollen muss diese umstellung noch in diesem jahrzehnt erfolgen damit das ganze sich noch ausgehen kann und das heißt eine dermaßen massive umstellung im verhalten der menschen das wahrscheinlich nur notwendig ist wenn man wirklich massiv eingreift sei es durch finanzielle vorgaben sei es durch gesetzliche vorgaben und das ist natürlich ein riesen vorhaben und wo bisher die politik noch sehr stark zurückschreckt wirklich die schritte einzuleiten da liegt ja das thema ist das was sie beschreiben ist glaube ich ja denen die sich ein stück weit mit mit den themen beschäftigen gut bekannt und aus meiner sicht muss es der politik bekannt sein und trotzdem passiert sehr wenig ist es zu wenig greifbar ist es zu wenig klar zu wenig spürbar oder was ist der grund dass das wir als gesellschaft das nicht besser anpacken der mensch ist sehr gut im verdrängen muss ich da sagen der leidensdruck ist anscheinend wirklich noch zu gering aber wenn man sich weltweit anschaut wir haben permanent riesige katastrophen die die von statten gehen aber selbst wenn in deutschland bei einem hochwasser 180 menschen sterben wie vor zwei jahren was ich mir nie vorstellen hätte können dass das passiert bei einem so gut abgesicherten land wo man alle schutzmaßnahmen und und hochwasserschutz und katastrophenschutz laufen dass es da ein hochwasser gibt mit 180 toten hätten wir hätte ich vor fünf jahren noch nicht geglaubt ist aber schon wieder fast vergessen also insofern ist glaube ich schon in der menschlichen psyche das angelegt dass man so katastrophen relativ rasch wieder verdrängt und vergisst damit man überhaupt weiter leben kann also es ist so der selbsterhaltungstrieb hindert uns aber natürlich jetzt hier wirklich langfristige sinnvolle maßnahmen zu setzen damit das nicht nicht sich permanent weiter steigert aber hören ihnen politiker zu wir sind in der politikberatung tätig seit den 90er jahren und ich muss gestehen dass die bereitschaft in der politik eigentlich in den 1990er jahren fast höher war wie heute also damals gab es die großen großen aufbruch da wurde auch der die die uno klima rahmen konvention erlassen 1914 und damals beim ersten kyoto abkommen war man nahe daran wirklich sinnvolle maßnahmen umzusetzen und dann hat natürlich irgendwer im gegenwind eingesetzt also es ist es geht eben darum die fossile energie nicht mehr zu nutzen und das ist natürlich ein geschäftsfeld in deren sehr große player unterwegs sind in dem sehr viel geld vorhanden ist und in dem sehr viel einfluss auf die politik sei es über geld sei es über arbeitsplätze und 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 wirtschaftssicherheit hier sehr viel druck aufgebaut werden kann und da gegen zu halten ist natürlich schon sehr schwierig jetzt geht es ja von den politikern und politikerinnen du hast tief in die gesellschaft also ich habe es gerade kürzlich gelesen dass 60 prozent der menschen dafür sind also in österreich oder europa dafür sind dass der verbrennungsmotor erhalten werden soll wie kann denn das sein also das müsste man ja wissen dass das nicht geht mit diesel und benzin weiterzufahren ja es ist für mich auch schon unverständlich was da jetzt gelaufen ist mit diesem mit diesem für mich ist das unwahr des jahres technologie offenheit eigentlich das ist weil es ist ziemlich sicher dass kein menschen in 15 jahren mit efuels auto fahren wird die werden viel zu wertvoll sein viel zu teuer sein wir müssen davon ausgehen dass erneuerbare energie auf die wir umsteigen immer ein wertvolles und knappes gut sein wird und wenn wir alles mobilität auf elektrizität umstellen wenn wir viele industrieprozesse auf erneuerbare umstellen und da ist natürlich wasserstoff sicher eine der relevanten größen aber wenn der aus erneuerbar hergestellt werden muss braucht man da auch strom dazu also es geht sehr viel dass man es wird sehr viel energie für diese umstellungsprozesse gebraucht werden das heißt da wird kein keine efuels für für den verkehr zur verfügung stehen außer zu preisen die sich kein normaler antun wird um damit zu fahren insofern ist das eine eigentlich eine augenauswischerei die da passiert für das muss man vielleicht kurz erklären sind synthetische kraftstoffe die aus erneuerbarer energie gewonnen werden aber die einen sehr sehr oder die im gewinnungsprozess sehr aufwändig und teuer sind weil die effizienz gerade durch die vielen umwandlungsschritte sehr gering sind und am ende simpel gesprochen also strom aus dem windrad in die batterie hat ein wirkungsgrad von um die 90 prozent und strom in dem tank über efuels hat ein wirkungsgrad von 15 prozent plus oder minus also wir brauchen sechs oder sieben windräder für das gleiche das halte ich auch für totale augeneswischerei dass wie man glaubt das könnte man im privaten pkw verkehr weiterhin nutzen wir werden sie brauchen für die industrie da bin ich sicher aber ich glaube es so verstanden zu haben dass diese 60 prozent der menschen die sagen wir wollen den verbrenner erhalten gar nicht an efuels denken sondern denken das geht eh einfach so weiter ich fahre an die tankstelle und da tue ich benzin und diesel rein und es geht eh oder habe ich da falsche einschätzung ich glaube die meisten menschen haben einfach auch angst einerseits von der umstellung und sie haben angst dass das mobilitätsverhalten die sie jetzt haben nicht mehr gehen wird und das ist auch richtig so wenn wir wirklich was ja viele politiker immer noch behaupten dass sie ernsthaft wollen 2040 klimaneutral sein wollen dann brauchen wir eine ganz andere art von mobilität bis 2040 das heißt das muss der großteil der mobilität muss mit öffentlichen verkehrsmittel laufen es geht gar nicht darum dass wir die autos von benzin auf elektrisch umstellen sondern wir müssen grundsätzlich weniger energie für mobilität verwenden und da ist natürlich wenn wenn eine oder im mittel glaube ich 1,5 personen in einem auto sitzen das 1500 kilo hat ist das hoch ineffizient und und es wird eben erneuerbare energie wird ein wertvolles gut sein und das kann sich die gesellschaft nicht mehr leisten so viel für mobilität auszugeben das heißt wir müssen hier die strukturen ändern das heißt die erzwungenen wege von zu hause in die arbeit müssen kürzer werden die müssen mit öffentlichen verkehrsmittel möglich sein oder eben durch zu fuß gehen oder radfahren weil eben diese distanzen dafür geeignet sind das heißt auch natürlich die art wie wir wohnen muss anders sein also wir brauchen eine umstellung hier gerade österreich ist ja da versiegelungsweltmeister zumindest in europa europameister sind wir auf jeden fall weil wir alle so gerne in den einfamilienhäusern auf der grünen wiese wohnen und das ist natürlich energetisch wirklich ein wahnsinn weil sie die häuser selbst viel viel material benötigen üblicherweise weniger energieeffizienz sind wie mehrparteienhäuser und dann auch die straßen gebaut werden müssen kanalisation gebaut werden muss und ich dann noch ein auto brauche um irgendwo hinzukommen also das ist ein gesellschaft wird sich das einfach nicht mehr leisten können ich verstehe inhaltlich unterschreibe inhaltlich alles was sie sagen sie haben als wissenschaftler den großen vorteil dass sie an den grundfesten der österreichischen oder europäischen identität und selbstbilder kratzen dürfen ohne angst zu haben nicht wiedergewählt zu werden ein politiker der so etwas sagt der schafft es nicht einmal in den gemeinderat mehr ja aber ich habe immer schon die angst gehabt dass die politik gar nicht in der lage ist gegenüber der wirtschaft maßnahmen zu setzen dass die die nicht gewollt sind das mit dem gewählt werden ist natürlich auch noch so eine sache da bin ich voll bei ihnen das geht auch darum dass wir zuerst die menschen davon überzeugen dass das notwendig ist und darum muss auch der druck aus der bevölkerung auf die politik kommen diese maßnahmen zu setzen und das muss aber auch richtig kommuniziert werden ich war dann überrascht wie corona gekommen ist und wo auf einmal doch der staat schon in der lage war maßnahmen zu setzen die ich vorher nicht mehr gedacht habe ich kann mich erinnern in der hochphase im märz 2020 oder war es vielleicht schon april da hat es einmal ausgangssperren bei uns gegeben und ich habe einmal bis kurz nach acht gearbeitet im büro und bin dann nach hause gefahren und ab acht war ausgangssperren in wien und da habe ich gedacht was jetzt habe ich übersehen dass ich die aussprung sperre dass man da sowas erlebt hätte ich nicht gedacht und da hat man aber gesehen die politik wenn sie es ernst meint wenn es notwendig ist kann sie schon agieren hat sie handlungsfähigkeit und man hat auch gesehen wie sie argumentiert und kommuniziert wenn es wichtig ist und wenn man es vergleicht wie in der hochphase bei corona die politik kommuniziert hat und wie sie jetzt beim klimawandel kommuniziert weiß man warum nichts weitergeht weil sie selbst ja nicht wirklich ernst nehmen und das ist glaube ich das problem das wir speziell auch bei uns in österreich haben die gewisse hoffnung habe ich auch in der eu da gibt es noch ganz klar denn das vorhaben an dem green deal festzuhalten und die eu taxonomie setzte jetzt auch massiv sozusagen im finanzsektor an dass sich hier auch was ändert und da werden die geldflüsse verändert das wird auch relativ rasch in der breiten bevölkerung ankommen dass da wirklich auch was in bewegung ist aber was mir fehlt ist von der politik die die ehrliche kommunikation was gemacht werden muss wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen wie gesagt wird weil dann müssen wir jetzt wirklich sehr sehr schnell in die gänge kommen und hier müssen maßnahmen gesetzt werden die sicher nicht für alle angenehm sind aber da geht es eben genau darum dass wir auch eben von der wissenschaft die informationen bereitstellen warum ist das notwendig warum und was gewinnt man auch damit das ist ja nicht so dass wir einen derartig tollen lebensstil führen dass alle happy sind wir haben das problem dass jetzt inzwischen nicht mehr so schlimm aber einige menschen keine arbeit haben viele menschen von der arbeit überfordert sind wir haben massive probleme genug zeit zu haben und auch unsere gesellschaftlichen interaktionen zwischenmenschlichen interaktionen kommen eigentlich viel zu kurz also wir können uns sehr gut eine wesentlich bessere gesellschaft vorstellen und gerade diese transformation hin zu einer nachhaltigen nutzung der energie zu einem nachhaltigen lebensstil führt ja in vielen anderen bereichen auch zu einer verbesserung wir hatten unlängst hier eine journalistin sitzen die klima journalistin ist die gesagt jedes thema ist ein klimathema jede geschichte jede journalistische klima geschichte das fällt mir jetzt gerade ein weil ich habe nicht so gefühlt einen klimaforscher vor mir sitzen zu haben weil sie reden über gesellschaftlichen wandel sie reden über wohnbau sie reden über wirtschaft fehlt uns dieser holistische der gesamtheitliche zugang da vielleicht wir fordern von der von der von der forschung fordern schon lange ein in österreich gibt es ja das climate change in der austria wo wir wirklich versuchen die ganzen verschiedenen disziplinen die da in dem bereich wissen generieren auch zusammenzubringen um hier wirklich auch politikberatung machen zu können die gebraucht wird weil letztlich ist es natürlich auch aufgabe der politik dann abzuwägen welche maßnahmen sind den menschen zumutbar haben bringen die notwendigen ergebnisse ohne zu schlechte nebenwirkungen zu haben es ist ja immer so wenn man maßnahmen setzt hat man nicht nur die gewollten ergebnisse sondern auch auch wechselwirkungen mit anderen systemen und das ist natürlich aufgabe der politik das abzuwägen wie es von der wissenschaft können aber im bereitstellen was muss getan werden um eben hier gewisse entwicklungen zu vermeiden oder eben auch abzuschätzen oder zu modellieren was passiert wenn wir diese und diese maßnahmen setzen oder auch nicht setzen und das ist das wo wir input liefern können die entscheidung muss natürlich dann die politik treffen um hier auch dem die akzeptanz in der bevölkerung sicherzustellen wenn ich jetzt den gedanken aufgreifen weil an sich würde ich ja davon ausgehen dass politikerinnen und politiker führen und bei dem thema wie gehen wir mit klimawandel um vorausgehen beobachten kann ich das nicht wir haben eine partei wird von fast 30 prozent der menschen gewählt die leugnet den klimawandel wir haben eine andere die ist irgendwie jetzt ein anhängsel der wirtschaftskammer geworden die gegen den klimaschutz arbeitet und dann haben wir noch eine größere partei die hat überhaupt kein klimaschutzprogramm also da bin ich jetzt nicht sehr zuversichtlich dass aus der politik heraus dieser impuls kommt müssten wir nicht eher bei den menschen ansetzen dass die die politiker austauschen und die politikerinnen aber das würden sie ja nur tun wenn sie es verstehen kann es sein dass die menschen nicht genug verstehen was da auf uns eigentlich zukommt das würde ich nicht teilen weil ich habe das gefühl dass viele in der in der in der bevölkerung wesentlich weiter sind wie die politik also es gibt sehr viele engagierte menschen in den verschiedensten bereichen die denen sehr klar ist was läuft und wo auch sehr klar gefordert wird es gibt natürlich auch einen teil der ignorant ist und nicht darauf reagiert und momentan scheint er der ältere sondern auch der größere teil zu sein auf den dann sozusagen spekuliert wird in österreich haben wir momentan eine sehr eigenartige entwicklung wo wo von mir zumindest vor wenn man über die parteien anschaut sie versuchen ihre ihre kernklientell zu bedienen und ein bisserl dann im rechten lager zu fischen alles andere ist wurscht und das finde ich finde ich sehr sehr schade da habe ich wirklich mehr hoffnung auf der eu ebene dass da schnell etwas passiert aber ich glaube es ist ganz wichtig und das ist ja auch grundsätzlich wir sind in einem gott sei dank in einem demokratischen system das heißt politiker müssen darauf schauen dass sie wieder gewählt werden also das heißt sie werden haben immer ein auge auf die auf die auf die mehrheiten und das heißt auch der auftrag an uns in die an die forschung diese notwendigkeit der transformation in der breiten bevölkerung mehrheitsfähig zu machen also das hat wir haben den auftrag hier das läuft unter der bezeichnung third mission auf den unis nach außen zu gehen den menschen klar zu machen worum es eigentlich geht was sind die notwendigen schritte die notwendig sind und was passiert wenn wir sie nicht setzen und da müssen wir noch effizienter und treffsicherer werden ich glaube das ist etwas was und das ist auch die art wie man kommuniziert hoch wichtig und wir haben ein problem wir haben teilweise halt sehr dramatische bilder vor uns was passieren wird durch den klimawandel das hat aber oft bei menschen dann die auswirkung dass sie den kopf in den sand stecken und sagen okay das möchte ich nicht mehr hören interessiert mich nicht wir können eh nichts dagegen tun also wenn wenn man zu stark die die probleme betont kann das fatalismus auslösen und darum ist es auch wichtig dass man letztlich zeigt also diese diese transformation hin zu einem nachhaltigen lebensstil und zu einer wirklichen dekabonisierung hat ja sehr viele zusätzliche vorteile und ich glaube was ganz wichtig ist dass wir auch beispiele setzen und und zeigen dass eben diese transformation möglich ist und man keine angst davor haben muss damit die menschen dann anfangen darauf einzusteigen und da denke ich da brauchen wir auf jeden fall die bevölkerung dabei und die muss dann letztlich druck auf die politik machen und letztlich muss in jeder partei das thema klimawandel verankert werden das darf kein parteipolitisches thema eigentlich sein ich möchte zum schluss jetzt noch auf ein globaleres thema oder den globalen aspekt des klimawandels kommen wenn es bei uns eins zwei drei vier grad wärmer wird heißt ja nicht dass es anderswo gleich bleibt sondern da wird es in anderen regionen der welt auch dementsprechend wärmer was heißt denn das wenn es bei uns drei grad wärmer ist in österreich auf kontinenten in regionen wo es jetzt schon fast unlebbar heiß ist was passiert was passiert dann natürlich wir haben über die auswirkungen bei uns kurz gesprochen in österreich aber österreich ist natürlich in den mittleren breiten wir haben ein gebirgsland da sind für vielen vielen sachen sogar ein vorteil wenn es wärmer wird weil beim pflanzenwachstum teilweise noch immer temperaturlimitierung herrscht da hat sogar teilweise vorteile und es gibt natürlich jetzt schon regionen wo wo das leben an der grenze ist von der erträglichkeit der hitze also wir haben ein beispiel in indien massive verschärfungen der vormonsunzeit das ist so april bis juni wo man immer schon so nahe an 50 grad hatte so kurz bevor der monsoon losgeht im juli inzwischen hat sich diese zeit wo hier temperaturen zwischen 55 und 50 grad sind auf fünf sechs wochen erhöht und wenn man solche temperaturen schon einmal erlebt hat dann weiß man dass man da nur hoffen kann dass man sie überlebt und man tut nur alles um den tag zu überstehen das heißt ja da bricht eigentlich alles zusammen und wenn dieser zeitraum jetzt von ein zwei wochen sich auf fünf sechs wochen ausdehnt lehmt das natürlich regionen wo über 100 millionen menschen leben und das wird halt wenn sich das weiter verstärkt und das tut natürlich hier zu massiven wanderbewegungen führen oder auch in den tropen da wird jede weiteres zehntelgrad erwärmung wird die produktion an pflanzen masse reduzieren weil eben die pflanzen in den tropen gibt es ja sehr stabiles klima kaum schwankungen in der temperatur das heißt jede veränderung in der temperatur wirkt sich sofort aus und die pflanzen sind am limit dessen was sie von den temperaturen aushalten jede weitere erwärmung reduziert den ertrag also viele regionen auf der erde werden massiv betroffen sein am nächsten bei uns ist der mittelmeerraum also wir wissen dass in den subtropen in vielen bereichen massiv trockener wird und ein hotspot richtung bühre ist der mittelmeerraum und wir müssen davon ausgehen dass eben weite teile von europäischen mittelmeerraum eine wüstenbildung erleben wie wir sie von nordafrika kennen also das wird in den nächsten 20 30 jahren losgehen und das wird natürlich auch innerhalb von europa massive wanderbewegungen auslösen weil man dort maximal an den küstenregionen noch noch wirklich gut leben kann und dann von den inländischen bereichen werden die menschen alle abwandern und dann mittelfristig natürlich nach mittel und nordafrika also das müssen wir konkret machen das ist was süditalien wahrscheinlich griechenland genau wir haben in einer studie abgeschätzt dass man das immer drauf kommen dass ungefähr im aus dem mittelmeerraum um die zehn millionen menschen aus dem süden richtung mitteleuropa und nordeuropa gehen wir haben damals abgeschätzt dass in österreich ungefähr eine halbe million bis eine million menschen wahrscheinlich sich dann bei uns da ansiedeln werden damals haben wir noch gedacht dass grob britannien der juli ist und auch dort welche hinwandern was jetzt nicht mehr geht also irgendwo die größenordnung werden wir rechnen müssen das wird natürlich nicht so auf einen schlag sein sondern es wird so sukzessive über mehrere jahre verteilt dann wird einmal wieder pause sein dann ist wieder eine hitzewelle oder trockenheit dann kann man wieder mehr das wird so schwallartig gehen aber letztlich wird sie eine umverlagerung innerhalb von europa geben und natürlich wird in vielen regionen der welt wird es einfach sehr ungemütlich werden und das problem ist ja in der gesellschaft die wir heute leben ist es nicht einfach so wie früher in der in der eiszeit wo man einfach mit dem klima mitgewandert ist wenn man jäger und sammler war da ist man mit seinen herden mitgewandert war vor kurzem eine nette studie wo es gezeigt hat dass eben während der letzten kaltphase die ganzen europäischen jäger und sammler sich irgendwann auf die bärischen inseln getroffen haben weil es dort noch am besten war das können wir heute nicht mehr das ist also wir haben staaten wir haben grenzen wir haben militärbündnisse und ich kann mir nur innerhalb dieser grenzen bewegen und das wird dann natürlich konflikte auslösen wenn die menschen sich lokal nicht mehr ernähren können nicht mehr arbeiten können werden sie weggehen und das löst natürlich konflikte aus Ulrich das ist der absolute horror was der professor vorkmeier uns gerade erzählt jetzt haben wir ja schon viele folgen auf dieses podcast gemacht und beschäftigen uns ja auch viel mit diesem thema also mir ist das nicht ganz unbekannt und ich sehe es viel näher und konkreter so wie es der professor vorkmeier beschreibt und finde es durchaus bedrohlich ja das ist so mit der dystopie aufzuhören ist für mich immer ein bisschen frustrierend darum meine frage meine letzte frage an sie sind sie trotzdem optimist und wenn ja warum optimist also es gab auch beim letzten IPCC bericht ist das gesagt worden und auch ganz klar beim eineinhalb grad bericht von 2018 also wir haben alle technologien sind vorhanden wir brauchen keine neue erfindungen zu machen um alle maßnahmen die notwendig sind um hier diese dekarbonisierung einzuleiten das liegt allein in unseren händen das heißt das ist einfach kein technisches problem es ist kein wissenschaftliches problem die fragen sind gelöst wir müssen nur diese technologien in die breite bringen es geht darum unsere wirtschaftssystem so zu modifizieren für mich als naturwissenschaftler gibt es eine sehr einfache lösung indem man einfach die die kosten die 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 schäden die die verbrennung von fossilen energie verursacht in den preis hineinrechnet das ist eines der großen probleme dass wir haben dass wir hier wirklich die kosten externalisiert worden sind bei der fossilen energie wenn wir die wieder hineinrechnen dann werden die so so teuer werden dass hier sehr schnell die ganze gesellschaft auf erneuerbare energie umschwitscht also es wäre auch relativ der hebel einfach das problem ist sozusagen ein gesellschaftspolitisches und kein naturwissenschaftlich leider sonst hätten wir es schon gelöst die frage war trotzdem ein bisschen anders nämlich glauben sie daran dass wir diese kurve noch kratzen werden bin man beim eineinhalb grad ziel bin ich nicht einmal mehr sicher ob wir es erreichen will weil wenn wir das wollen dann müssen wir so viel geoengineering machen damit wir dort hinkommen zwei grad ziel glaube ich können wir noch schaffen es kann auch sehr schnell switchen wir kennen auch gesellschaftliche kipppunkte technologische kipppunkte ich glaube wenn wir es anfangen damit dann werden sehr kann das auch eine sehr massive eigendynamik bekommen weil die menschen sehen dass es was bringt dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist dass es vielleicht sogar viel angenehmer ist wie bisher gedacht und wenn diese dynamik entsteht dann kann das wirklich alles sehr schnell gehen die letzte frage an den klimatologen meteorologen herbert vormaier ist eine ganz individuell jetzt nicht von ihnen sondern für jeden und jeder wir bitten unsere gäste immer einen tipp am freitag abzugeben eine maßnahme die jeder und jede setzen kann die vielleicht klein wirkt aber in summe dann doch einen impact hat was werden ihr tipp am freitag der ökostrom ag tipp am freitag das werde ich öfter gefragt und das sage ich auch selbst wenn ich in volksschulen das sage ist dass das wichtigste ist dass wir den gesellschaftlichen druck auf die politik so erhöhen dass hier wirklich endlich maßnahmen gesetzt werden für viele maßnahmen damit die wirklich greifen braucht gesetzliche vorgaben und damit die politik reagiert können wir in demokratischen systemen müssen wir mehrheiten erreichen und das wichtigste ist in seinem umfeld hier politischen druck aufzubauen gar nicht parteipolitisch sondern es muss in jede partei muss das thema klimawandel angegangen werden ein thema sein und man muss einfordern dass hier sinnvoll agiert wird und dieser druck muss aus der bevölkerung kommen damit die politik auch wirklich agieren kann herbert vormaier vielen herzlichen dank für aussagen die eigentlich niemand hören wollte aber das liegt nicht an ihnen sondern das liegt einfach am inhalt der aussagen die letzte frage in diesem pod und videocast geht immer an den gastgeber ulrich was nimmst du denn aus diesem gespräch mit professor vormaier mit das thema klimawandel mit gesellschaftlichen prozessen verbunden hat und so ein gesamtheitliches bild aufgezeigt hat und wir dann zu dem punkt irgendwann gekommen sind dass zumindest ich frustriert war dass nichts vorwärts geht aber tatsächlich bin ich auch der meinung dass wir als menschheit das bewältigen werden weil es eh keinen anderen weg gibt und tatsächlich ist der weg den wir menschen gehen müssen gesellschaftlichen druck aufzubauen da stimme ich nämlich völlig zu und unsere politikerinnen und politiker dahin bewegen dass sie das tun was jetzt notwendig ist oder uns schlicht und einfach andere wählen dann sag ich ihnen euch beiden vielen herzlichen dank für dieses gespräch und bedanke mich bei euch dass ihr auch diesmal bei freitag in der arena wieder mit dabei wart servus danke ciao